Unter den Bomben liegt das Stahlwerk Azovstal. Wir wissen nicht wann dieses Video von den von Russland unterstützten Separatisten gefilmt wurde, aber wir können den Ort bestätigen. Der Ort des letzten Gefechts von Mariupol. Drinnen schwört das ukrainische Regiment Azov seine Verteidigung fortzusetzen. Es ist bereits der zweite Tag an dem der Feind das Werk angreift. Die Kämpfe sind heftig und blutig. Ich bin stolz auf meine Soldaten, die den Angriff des Feindes mit übermenschlichen Anstrengungen abwerten. Und ich danke der ganzen Welt für die enorme Unterstützung der Besatzung. Unsere Soldaten haben es verdient. Neben den Soldaten sind vermutlich bis zu 200 Zivilisten, darunter auch Kinder eingeschlossen. Diese von ukrainischen Streitkräften veröffentlichten Videoaufnahmen wurden vor etwa einer Woche gedreht, seitdem wurden viele freigelassen, aber die Angst der Zurückgebliebenen ist unvorstellbar. Oberirdisch wurden über Nacht mehr als 300 Zivilisten evakuiert und mithilfe der UNO nach Saporischia gebracht. Zivilisten, Frauen und Kinder sind immer noch dort. Um sie zu retten, müssen wir das Regime des Schweigens fortsetzen. Die ukrainische Seite ist bereit dazu. Es braucht Zeit, um Leute aus diesen unterirdischen Verstecken, aus den Kellern, zu holen. Anderswo im Osten geht der Kampf um das Land weiter. Das war in Makivka, wo von Russland unterstützte Separatisten behaupten, der ukrainische Beschuss eines Öldepots habe einen Toten und zwei Verletzte hinterlassen. Dramatorsk wird ebenfalls weiter verwüstet. Mindestens 25 Menschen wurden verletzt, als ein Wohnhaus über Nacht getroffen wurde. Ein ehemaliger Botschafter in Russland sagte uns, dass es keine Chance auf einen Kompromiss mit Putin gäbe. Wir müssen erkennen, dass er den Krieg nicht im Sinne einer Verhandlung gewinnen kann. Niemand in der Ukraine wird vergessen, was er getan hat, was seine Streitkräfte getan haben und auf welche Art sie es getan haben. Man fürchtet was als nächstes kommt, während sich Russland auf seine Feierlichkeiten zum Tag des Sieges und einen möglichen neuen Angriff vorbereitet. Iva Benetzkei News